Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Smite, mal wieder den allseits beliebten Woppy. Ja moin. So, in unserem Team ist Odin, Artemis, Hades, Anubis und Knight. Gegner-Team ist Fenrir, X-Bl-Bl-Bl-Bl-Bl-Bl-Bl-Bl-Ares, Knight, Ra. Ich muss noch mal anhören, wie der Typ heißt. Ich kann da leider nicht aussprechen. Ja, genau, Woppy. Hier, wir spielen Hordra. Da ist die Kohle frei, sprich, er kann sofort alles kaufen. Und vor allen Dingen würde ich sofort kaufen und einen Trank. Und zwar gibt es einen Trank, der heißt da irgendwie Power-Trank. Der kostet 3000 Asche. Der hält 5 Minuten. Aha, der geht schon los. So, I. Turn off. Zack. Rumps. So, Consumer Able. Dann musst du den Heiltrank pumpst du voll. Und dann unten, Elixir of Power. Kaufen, kaufen, kaufen. 5 Minuten hält er an. Erhöht alles um ein Viertel. You know? Ja. So, und Active Dinge hol ich mit. Ähm, ähm, ähm. Da hat Unverwundbarkeits Dinge hier. Zack, und los geht's. Minions have spawned. Was ist los? Da ist der stinkende Wolf-Dreck, ma. Ich steh mal einfach brezeln. Geh nach Hause. Köter. Kommt ihr auch mal raus aus der Hütte? Ich steh hier alleine. Musst du erst mal fertig kaufen. Toll. Weg ist die Sau. So. Ultimate is ready. An enemy has been slayed. Wie hätt's auch seiner sein können? Ja, was? Der Woppy nicht. Sehr gut. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Aufpassen. Aufpassen. Ich muss die mitnehmen. Verdammt. Hab ich noch die Woppy mitgenommen? Leider, leider. Sehr gut. Sehr gut. Pass auf, Woppy. Pass auf, Woppy. Pass auf, Woppy. Zu spät, Woppy. Zu spät. Ja, Mann. Hossa. Hast du gesehen? So, Jeter. Bam. Die Bam. Und jetzt ab nach Haus. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ach, ich Idiot. Den Trank hab ich grad eingeworfen. Loll. Predige Trank kaufen, aber einen nehmen wir schon besser, was? Jawohl. Das mach ich dann auch viel mehr Damage. Kommt her, meine kleinen Schweinchen. Weg mit ihm. Das nützt dir nix. Rumpf. Hab ihn. Wo denn? Wer denn? Odin ist drinne. Ach da. Aufpassen. 19 Sekunden noch. Oh, Odin geht's nicht so gut. 20 Sekunden. 5 Sekunden. Oha. Oha. Raus. Mach ihn platt. Hast du den? Ja, irgendwann hab ich ja. So, sehr gut. So, mein Ultimate ist immer noch ready. Ne, meine ist weg. Na, macht nix. Kommt er noch da raus? So, jetzt ist es soweit. Ich geh gleich da rein. Ich geh gleich da rein. Ich geh gleich da rein. Ich bleib' mit dir. Ehrlich. Dann ab dafür! Verdammt. Hab ich zwei mit dir oder nur einen? Nur einen, leider. Oh, du hast am Arsch ganz gewaltig. Sehr gut. Der ist voll durch seine Pfütze gelaufen. Die macht unendlich viel Schaden. Das ist so brutal. Sehr gut. Denk dran, ihr neust Elixier kaufen, wenn du zu Hause bist. Ja, mach ich ja. Ich hab die Elixiere immer dabei. Hingegen die zwei Elixiere. Die zwei Elixiere, echt? Ja, mach ich doch Power oder so. Den Traum find ich auch noch. Ah. Ne, ich denk den Heiltrank, den hab ich noch dabei. Einwerfen. Hehehehehehe. Alter Lusch, I have you now. Ah. Fuck. 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 So, alle böse. So, alle weg. Ne, du. Ne, okay. Nein, will ich nicht. Tschüss. Macht's doch voll. Ich muss nur nach Hause. Ja. Ja. Leck mich doch. Er hat einen Millimeter und überlebt. Oh, warum mach ich denn meine Unverwundbarkeitsdinge nicht an, wenn ich schon ne Tasche hab? Ich vollidiot. Mann, du Meter. Wuuuuh. Hey, da bist du. Lauf, der Wolf ist hinter dir. Ja, hab ich leider gesehen. Laufs Polen, nicht verloren. Lauf, lauf. Hora. Scheiße. Scheiße. Oh, gibt's doch nicht! Seid ihr... Das ist unglaublich. Das ist ein undankbarer Job. Gewinnen wir trotzdem auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich gehe rein. Sehr schön. So. Ich glaube, ich gehe nochmal heim, hä? Besser ist das. Nicht unnötig in Gras beißen. Oh, und Woppy, wo bist du? Vorne? Ja. Er zieht die zurück, ne? Mhm. Mhm. Okay, konnte ich nix dran machen. Mach doch nix. Scheiß Köter mach ich doch noch alle. Mhm. Guck mal, der sucht den immer wieder. Sehr witzig. Was macht der denn? Wieso kommt der denn immer wieder? Ja. Da hast du die sehen. Der Wolf hätte mich gern zum Fressen, aber... Ich glaube nicht so ganz. Konnte er durch die Säule schießen? Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Nächstes Mal bin ich klüger. Das wusste ich echt nicht. Oha, ich muss jetzt 50 Sekunden warten. Krass. Verdammt. Haller dich mal, ne? Jo. Hat mich zu weit weggeschleppt. Und was wegschleppen macht auch noch Schaden. Ohne Ende. Mann, alle. Jawoll. Weg der Köter. Der stinkende. Ja, bleib schon drinnen. Du hast recht. Riskieren nix. Bleib cool. Hier, der scheiß Rad, der kann durch die Säule schießen, ne? Ich hab mich extra hinter die Säule gestellt. Hab gedacht, mein AE, ne? Ist toll. Dann kann ich's ranpulen. Aber. Trugschluss. So toll war mein AE doch nicht. Oh man. Ab ihn. Du bist allein. Geh ich doch mal. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja. Das ist natürlich echt praktisch. Also. Arena ist ja voll was für hartes, ne? Jo. Ja. Nehmen wir alle gleich von Anfang an immer zusammen und dann kann man die mal. Eierköpfe. Ja. Ja. Hab ich. Da schön durch die Wände laufen ist sehr gut. Ja. 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 Das ist natürlich hammerhart. Da musst du echt aussuchen was du an äh Klamotten nicht nimmst. Weeeeey. Ich hab Hades auf Master Level 1. Juppie. Das war's grad. Anubis. 8,6 naja. 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 Oh der wo ist da Anubis? Da 8,6 aber 26 Assists. Das ist doch jede Menge. Jede Masse. Guck mal mehr wie ich hab Assists. Naja. Dafür's meck ist. Hahahaha. Da hab ich verkennt. Da hab ich verkennt. Ich hab was zu lachen. Zeig mir her. Zu unten. Hier. Was hast du denn gemacht? Was ist hast du mehr Player Schaden gemacht wie ich? Wo ist das denn? Noch eine Seite weiter. Da siehst du Player Schaden, Gold pro Minute, alles mögliche. Damage. 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 Da hab ich nur Taken. 26.000. Nur 19.000. Creeps hast du Platyma ohne Ende und du hast 2000 mehr Schaden an Player gemacht. Ja. Ja. Wiste? Der Wopi. 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 Chaka Chaka. Chaka Chaka. Und der Odi. Ey guck mal der war zum Schluss immer noch Level 18. Ja und Daniel Wolf der ist ja echt fliegendes Suizidkommando immer losgelaufen. Ja der war echt nicht grad so die Held zu Wurst. Nö. Guck mal der kann anlaufen. 5 Kills hat er gemacht 20 mal verreckt. Kommt jedes Mal auf mich zugestürmt. Zack. Dieses äh. Silence in die Fresse. Auf den Boden hauen. Noch einen in die Schnauze geschossen und dann einmal quer durch den Boden rumshaben. Na ja gut. Oh. Ne. War doch ein nettes Match. Ihr habt alle Statistiken gesehen. Alles rockt. Und Anubis muss ich mir auch noch kaufen. In diesem Sinne. Abriere. Abriere. Tschüss. Abriere. 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 Abriere.